hehehe warte kurz ich muss noch kurz posten auf instagram warte um ja hast du schon instagram? hier warte warte juli bb 패chen auf YouTube? ja auf YouTube, wie heißt der da? soll ja nicht ja mach, wie heißt der? ja? kennst deine weil sonst jemand kommt die Klickwelle so Hanna, wie heißen du auf YouTube? weiß nicht wohin? ow b oh t ac oh k ach 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 warte ja dann mach das einfach nach der Runde in der Lobby ja keine Woock kommen jetzt kommen jetzt sagen ich erhoffe mir hier oben ich erhoffe mir hier oben Jagdgewehr oder sowas also ich habe schon mal eine Bump die und dann kommt noch so ein Wurm zum Allerwoller und ein Antikaping das wieviel sind live bei dir? also wieviel gucken zu? auf Ehrenbruder Basis gucken zwei Leute zu ich hab auch einen kill ich hab sogar zwei kill nein was noch nicht? ich hab keine Muni mehr alter la 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 fuck 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 it noch zwei Leute zu bruh bruh wir haben dich gekillt ziehst du? ja kann sein nirgend so ein Spasti wenigstens ein kill hab ich gemacht nein mein life dream is on nein mein life dream is on ja wuh mein life dream is on ja es reicht jetzt hannah 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 es reicht bitte bruder ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht macht ihr jetzt bitte bereit auf ehrenbruder Basis gucken zwei Leute zu finde ich richtig nice von euch danke für den Support mir guckt er noch mal bei mir wie heißt du denn auf youtube? wie soll ich dann sagen dass du bei dir vorbeigucken sollen wie heißt du denn? so wie mein name nur ohne das y t und auseinander geschrieben warum? ähm ntv tv youtube ohne youtube ach tsss tsss tsch amann hat es gibt warum? tsch bruder tsch 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 oder? Nils ist rausgeflogen. Oh der arme. Kick mal Nils. Ich kann den nicht kicken. Ist sein. Oh ne. Mann. Sorry Finn. Äh Nils. Ja wir verlassen Gruppe und dann kommst du einfach dazu. Okay. Auf Ehrenbruderbasis. Hier ist was drin. Nur nur ganz kleine Stückchen dann bist du drin. In der Olga. Spaß. Hä? Null. Hä? Null. Ja komm bei mir rein. Hä? Null. Oder dann äh ja komm bei mir rein. Ein bisschen problematic. Livestream. Kannst du jetzt auch wieder reden oder bin ich da auch ein bisschen eingeschränkt? Hast du Hanna als Freund? Ja. Lass dich mal ein. Ich hab's dir schon eingeladen, ich hab's dir schon eingeladen. Dauert ein bisschen live film. Auf Ehre. Schreib mal alle rein, wer alles drin ist. Wer alles drin ist. Also ich bin ja auf jeden Fall drin. Ja gut, dann ist für den der Zweite. Ja gut. Hi. Ich bin auch wieder da. Irgendwie ging gerade die Netzwerkverbindung aus. Ja ja moin. Ich hab gerade noch so gedacht, dass da was jetzt bei Wehran los ist. Weil ich konnte euch auf einmal nicht mehr hören. Sorry? Sorry? Live-Stream? Sorry? Ich bin Tanzverbot. Ich hab hier vier McDonalds Gläser stehen. Von Coca-Cola. Von Coca-Cola. Mit Profit. Ich werd mal Sex-Stilling-Betrag haben. Auf Ehre. Du machst... Ey, du darfst keine Werbung für Domme machen. Was? Was für dumme... Also... Nils? Nils? Nils... Nils... Nein, wel 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 wel? Nein, der siehtс... Nee, der ist schon wieder rausgeflogen. Oh mein Gott. Was ist los bei dir? Wie geht das jetzt nicht? Du gegen... Trios. Was ist das? Es geht weg. Okay. Hä? Team Unverständlich. Match aufgehoben. Okay, lass aufgeben, okay? Nein, Match fortsetzen! Match fortsetzen. Ja, wo dann... Hast du aufgegeben? Hä? Hast du aufgegeben? Ja. ich komme nicht raus ich kann irgendwie nicht raus bringen ja jetzt ich konnte mich raus springen ultra komisch ich bin ich auch so spät machen wir die halt zu zweit nass wenn wir aber nur zu zweit nass machen weil ich dabei bin ja sehr ärgert mir danke die so das das ist das ist das dann und ich mir das fühlst du jetzt auch gerade ja ihre hallo an die zuschauer von hannah guten tag junge arthur was geht bei dir bruder ich habe nicht mehr kann kann ich behalten das auch na was ist besser granaten oder impulses impuls ich das betrifft ist eine frage sorry vergaß ich bin hier mit einer pro gamerin die 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 und die 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 also die die freund mein freund hat gesagt mein freund hat gesagt dass es weiter ist das nur so der freundlichen da hat er mir auch schon gesagt ich bin ein bisschen nach Paris mit Auto gefahren auf Lokomage laber nicht weit du hast bleibt das war dumm warte weil sie selber nicht auf YouTube ist kann ich dir leider nicht die Antwort geben was denn einer hat gefragt wie du auf YouTube heisst warum einfach so ich bin nicht in die gewünscht die wollen sich nicht so ein scheiß Typ an der an der gucken der von oben runterfelder nicht bauen kann das möchten die nicht sehen zu mir die 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 ich brauche kein was man ich bin froh was los ist doch noch nein man steht aus der Höhe hier nicht der Land ich bin da ich bin aus dieser Höhe ich werde du wirst sterben ich bin aus dieser Höhe ich bin aus dieser Höhe hier gesprungen ich bin aus dieser Höhe was das warte komm auf die Seite ich komm da zu dir runter ja mir gehört die kam hier ja ja uff was war das denn live stream ihre zwei zuschauer kuss auf die nuss und das mit ja aber doch nicht ist da drin ihr könnt also wenn ihr wollt die 2 die gerade da sind könnt ihr auch ruhig fragen stellen man so als die 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 zum Beispiel an mich ja an sie oder auch an mich wenn ihr Fragen habt zu meiner Person Impulses oder Minis 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 das ist der juhl soll den also wenn ihr Bock habt könnt ihr ruhig fragen stellen h Nils wenn ich einmal höre fragt sie ob sie single ist dann schlag ich dich über eine Entfernung, die du dir nicht vorstellen kannst. Guck mal auf die Treppe. Guck mal auf die Treppe. Guck mal, du bist unter der Treppe. Was hast du denn damit jetzt gemeint mit dem Ding? Ach, nix. Alles gut. Ja, aber was war's vor? Ich hab das nicht verstanden. Ob er, äh, wenn er einmal fragt, ob du Single bist, dann schlag ich ihn. Ja, ich bin Single. Habt ihr gehört? Sehe ich Single. Hier, bei mir. Einer hat Headshot. Ein 40er. 1, 2, 3, 4, 5. Einer hat eine Haus. Sieht nur. Sieht nur. Wie du noch. Wie? hat einen header er pusht was wir können auch noch mit uns spielen wenn die bock haben wer lust hat oder wenn du hast du kannst ruhig mit spielen wenn du bock hast um das mal ein bisschen kreativ spielen oder so lange hinterlässiger schalldämpfer um und schmeckt ich hab schon gegessen schon lang hier ist nicht gerade noch gesagt ich nehme kurz essen ja da habe ich unten was gegessen und bin wieder hochgegangen so das hat es auch so lange gedauert ja und hat das Essen geschmeckt ja was hast du denn gegessen wie Nudeln mit Gemüse irgendwas gesunde Ernährung läuft Ernährungshilfe hier auf deinem Kanal ich habe mal eine stunde gestreamt da habe ich die 300 kommentare in einer stunde geknappt ich habe mal eine stunde gestreamt da habe ich die 300 kommentare in einer stunde geknappt so richtig krank so richtig krank bei Mitte Orland noch sehr viele ne nirgends sage ich dir jetzt die 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 ich habe zwei kills und 4 hp ich bin runtergefallen und ich habe keinen schuss mehr kommt ja auch noch zehn schuss aber dafür zwei schuss ich habe mein ich habe es dass das hier so viel näppel ist aber gerade der sport im feuer der war schon richtig geil du kannst du sehen aber sehr schwer auch noch ich mit meinem roten skin es ist sehr sehr schwer dadurch zu gucken und das feuer ich habe mir die um zu sehen ich habe einen schuss irgendwo hier ist hier einer oder waren das deine steps ne hier ist einer verfolgt ihn ok ich komme nach er hat nämlich geplast wo ist das champion ich komme einfach zu dir aber sehr knapp überlegt ich habe auch medica für dich ihre armbrust geil jetzt hab ich auch was zum snipen mit dem külter zu zweit 2 ja 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 da war schon jemand da war schon jemand da ist trotzdem sicherer und aufpassen auffallen ne da sind was ja auch noch gegner rennt weiß ich nicht ne ja da ist noch eine Flexgar hol ich mit hab ich noch 30 Schuss mit ne die Ordnung ist doch auch noch 30 Schuss ne ich hab nur noch Schuss ne ich hab nur noch Schuss gib mir welche auch mal ich hab nur 40 Schuss ja reicht doch treibt doch treibt doch nicht und und tschüss und und tschüss kann ich ja ja genau nehmen wir einfach alles alles dre aber die mehr drinnen ich tschüss 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 Ich habe sechs Minus dabei. Okay, es kommen welche? No. Ich weiß auch von wo. Okay, die fliegen. Komm wieder rein. No. Hier ist ein Busch, zieh den immer an, damit du... ...und... 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 ... Sprachenlernen? Bubble. Busch-Eckchen. Hast du vielleicht noch ein bisschen Sniper-Money? Ja. Kann ich haben? Zehn Stück. Zehn Stück. noch eine Ska das geil war er öffnet so die Kiste und ich crap mir direkt die Ska das ist gut die Idee als Busch Ach was, bei dem Nebel sieht man sich ja auch nicht so gut Guck mal Busch und Busch, dann komm du auch noch in, nein Busch und Busch und Busch, sieht keiner ja kennen Alter wir sind so ein riesen Busch Oder sollen wir den Luke Lass mal da rein und den Luke-Drop und beim Luke-Drop campen und wenn dann jemand kommt damit wir abfahren können Na genau mit dem Busch beim Luke-Drop Wir müssen ja nicht genau beim Luke-Drop sein Einfach nur so Er ist in Mega-Mall gelandet Drinnen Nee, da oben drauf glaube ich Nee, er landet gleich Hier sind welche? Ah, schwimme hier Hier bei mir ist einer Ja, ich sehe Ja, ich sehe Kranzelöl? In chunk carrot Zwei B B Ok Auf 1 Jo In onbrechen ja bei mir ist eine goldene starke ist runtergefallen möchtest du dir kommen? ja kommt bei mir ja kommt mit der mp alter erhielt sich gerade erhielt sich dort da drin ist er ich komme kurz weg roll ja ich komme rein da kommt noch mehr da kommt noch mehr ok so b atom hinter dir hinter dir hinter die ja lass mit dir das ein Gott von komm dran komponja komm 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 doch mal hier ich hab zwei HP, ich auch nicht Egal Gutes Play Gutes Play Ja Ich hab da noch welche Ich hab da ne Karte Schade, Schade Wär da keiner gekommen, Alter Ich hab dich auch nötig Ich hab dich jetzt Dann gehen wir direkt in eine Minute Ja Ja Mama In eine Minute Achso, ja komm Warte, hier ist noch ne goldene Da Goldene Lothar, Mateus Aber dann behalte auch die Dings Ja, ich bin mit den Warte Ja, mach das Und behalte die MP, die du bekommen hast, okay? Hast du grad gesehen, wie es mir überhaupt geht? Ne, ich hab keine MP bekommen, ich hab ne Pistel bekommen Ach, hast du ne bekommen? Ne Pistel hab ich bekommen Ach, Mann Hier ist aber ne Pistel Ja, warte Warte Minis, dass man mit Gönnen 5 Kids Oh, wir sind sogar in der Zone Ich hab's genug Ne, den brauch ich nicht Das brauche ich nicht Das brauche ich auch nicht Nämlich die mit Die nämlich mit Äh, dann nehme ich Nein Kannst du mich ganz gut Äh, mich aufpassen? Ja Obwohl warte da hinten, da sind ja meine Fallen noch, ne? Ähm, da kann ich einfach nicht Ähm, du hast, äh, hast du Snipermonie mitgenommen? Wieder Weil ich brauche ein bisschen Snipermonie Ja, komm mal hier kurz zusammen Also, da komm mal hier kurz zusammen Ich muss kurz Was für ne Monie? Sniper Und AR Und AR Ja, okay, ich muss, ich geh gleich kurz auf Klo Aber da kommen welche Snipermonie 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 Na klarищ Boah Naja, ich komme kurz wieder fluffig Oh Ich mache aber trotzdem schon mal schiffen Und auch kurz weg, Leute. Ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Ich bin wieder da. Hallo? So. I'm back. Ja, ich muss jetzt auf. Was? Ich muss auf. Ja, okay. Klein. Ja, dann. Viel Spaß. So. 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 diese Praxistagen heißt so ich verstehe ich nicht müssen im Praxistag wieso im Köln so ich wusste dass ich es bin hast du was dagegen wenn ich das hier jetzt gerade Streamer auf YouTube oder ist es für die Bühne ausgab nö Hype in den Chat Hype 43 Minuten sind wir online auf Ehrenbruder Basis so wohin keine Ahnung was alles klar ich habe den Modus noch nie gespielt ja ich schon was ist hier los also es gibt wahrscheinlich nur fehlgedämpfte Waffen aber warum ist die ganze Map in Nebel dass man einen nicht sieht ist so schade kommt man muss mal Gegner suchen deswegen würde ich dir auch raten Bücher anzuziehen weil du musst wissen ich spiele immer noch auf meinem Gammel Laptop ich habe meinen PC noch nicht so also ist mein Ping und äh FPS äh lost wie sonst auch immer ist gut wie hier ist auch ein Gegner mit drin ich habe ich habe ich habe ich habe hier ist ein hier ist ein das hier ist er ich bin wahrscheinlich tot scheiße ist der oh mein gott das ist uns ich glaube ich muss durchziehen oh gott ja bruder das kurs macht dann auch aus der hat eine mp mp so overpowered ich treffe nichts da wollen ich bin tot scheiße heim Ich seh nix. Bruh. Oh mein Gott! Fuck. Ja, egal. Egal. Ich mach den glaub ich auch raus. Ja, tschau. Ja. Äh. Leiste ihm. Danke. Mal wieder. Fürst du schon. Ich bin dann mal wieder raus. Ne?